So, schauen wir mal weiter. Okay, ähm, wir wollen eine Perücke haben. Ähm, bei den Sportbros hier. Gehen wir da mal hin. Ah, du. Du willst also einen auf süß machen? Äh, auf süß? Äh, genau. Und die Perücke? Bekommst du, aber nicht umsonst. Ah, Big Bro, süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Du musst dich mit uns messen. Genau. Machen wir also Kniebeugen. Äh, in Ordnung. Aus diesem Studio vertreiben wir dich. Äh, bist du... Der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht. Der ist ständig hier. Und alles dreht sich um ihn. Aber egal. Komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Also. Wenn du bereit bist, drücke Y, um in die Hocke zu gehen. Okay, Y ist da. B, um dich aufzurichten. Und A, um wieder in die Ausgangsstellung einzunehmen. Also. Y, B, A. In richtiger Reihenfolge. Äh, kapiert? Ja. Wer nach 30 Sekunden die meisten Kniebeugen gemacht hat, bekommt die Perücke. Okay. Ich werde nicht verlieren. Ich muss die Perücke... Die Perücke von Big Bro gehört mir. Sei still. Es ist nicht fair, wenn du gleich loslegst. Willst du etwas üben? Ja. Ein bisschen. Dann fang mal an. Okay. Oh. Vergedrückt? Okay. Ja, man muss immer gucken, dass man die Animation gerade so abwartet. Wenn man es zu schnell macht, dann wird er beleidigt. Ja. Das ist ein bisschen blöde. Man will ja immer schneller werden eigentlich, wenn man sozusagen versucht, sich an diesen Punkt dran zu optimieren, an dem quasi man genau keine Warteframes mehr hat. Okay. 17 Fliebeugen haben wir. Also los. Lass uns loslegen. Okay. Gucken wir mal, dass es diesmal auch was wird. Ja, okay. Schön gleichmäßig. Ah, es ist jetzt asynchron. Vom Sound her. Wie so ein Soul Shaker. Na, okay. Lockt. Doch, ganz gut wollte ich gerade sagen. Und dann, natürlich, bricht es genau dann an. Puh. Ach, er hat 18 Kniebeugen gemacht und du hast 20 gemacht. Ha. Schwein gehabt. Hä. Boah, du bist echt eine Nummer. Okay. Ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Ich weiß immer nicht, wer redet. Das ist einfach völlig unklar. Schlüssel, ob ich eine geblonde Perücke. Ich bin so wütend. Ich bin so, so wütend. Kriegt sie eine, kriegt er eine Klatsch von dir? Halt die Klappe. Hör auf zu jammern, nur weil du verloren hast. Ah. Ah. Bros, hier. Wir gehen jetzt auf die Knochen. Und ist das ein Bro? Ich bin permanent verwirrt. Dieses Spiel hat mich verwirrt. Ist aber okay. Das wird dann bei Final Fantasy VIII dann besser später. Gut. Wir haben jetzt also eine Parfüm. Klamotte. Und eine Perücke. Würde mir sagen. Wir fühlen uns eigentlich ganz komplett. Wir sollten doch noch ein Item von irgendwo unten holen, ne? Verdammt. Und außerdem sollten wir hier noch irgendwie Suppe essen, nicht? Essen. Wir können mal eine Runde schlafen. Vielleicht können wir dann besser Suppe essen. Ähm. Schlafen wir unten, ne? Hier vielleicht? Ne. Da. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Jupp. Wie? Was? Meint ihr das ernst? Weiß ich nicht. Wir kaufen irgendwas für 200. Das ist ein Verkaufsautomaten, ne? Der Übergang war sehr, sehr komisch. Warum kam jetzt das Kaufen? Und warum wurde es sofort wieder abgebrochen? Komm mir vor wie ein Bug. Weil. So gehört das nicht. Ich meine, wenn ich jetzt gucke. Ich habe jetzt 200 verloren. Aber ich habe nichts bekommen, oder? Habe ich was bekommen? Objekt? Äh. Ne. Schlüsselobjekte? Nichts bekommen. Ne. Okay. Das war ein Bug. Verrückt. Was passiert jetzt? Wenn ich jetzt hier mal hingehe. Hallo? Hallo? Okay. Das ist jetzt. Das ist irgendwie. Das ist verbuggt. Okay. Spannend. Weil das mit 200, dieser Dialog, den gibt es schon. Der passiert nämlich eigentlich wirklich, wenn man was von einem Verkaufsautomaten kaufen will. Aber. Guck mal, wir waren gestern hier, ne? Haben geschlafen. Und jetzt ist immer noch Geschäftsschluss. Okay. So ganz checke ich das nicht. Gucken wir nochmal, ob der Automaten sich entbuggt hat. Spannend. Okay. Spannend. Naja, vielleicht können wir noch mehr Geld verlieren. Okay. Können wir jetzt was essen? Hallo? Immer noch früh fürs Essen. Okay. Ich verstehe das nicht ganz. Wir haben doch... Wir haben doch eine Nacht übernachtet. Egal. Wir ziehen erstmal Klamotten an. Vielleicht ist auch einfach dieser Teil verbuggt. Oder? Ich verstehe es nicht. So. Na, du scheinst fertig zu sein. Probier es an, um zu sehen, ob es passt. Klar. Ziehst du dich nicht um? Okay. Ich weiß, wo ich gerade mich darüber beschwerte, dass es irgendwie verbuggt ist. Ich weiß, wie sehr es nervt, wenn man eigentlich weiß, wie es gehört und dass es überhaupt gar kein Bug ist und alles völlig anders muss. Und derjenige, der da spielt, permanent verwirrt ist und denkt, das ist falsch. Ja. Oh, nicht schlecht. Das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Der Hairstyle ist ja nice. Ja, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Das ist nett. Versuch eleganter zu laufen. Ungefähr so. Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Wum, 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 wum. Oh, du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wär's mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Na, was redest du? Dieses. Oh mein Gott. Ich möchte dieses. Was? Wie? Wo? Hä? Hast du Geschmack oder was? Ich zieh mich jetzt um. Ja, das ist schön. Nicht gucken. Ja, da ist ein Vorhang. Wie soll man da gucken? Man sieht hier schon schön Clouds. Tolle Frisur von hinten, ne? Und wie seh ich aus? Total genial. Ach, du bist ein Langweiler. Ja, ja. Gut, was ist mit dir? Du bist seltsam. Okay, wir gucken mal, ob wir jetzt Essen kriegen können. Hallo? Was? Wollt ihr Mädels auch was essen? Klar. Immer. Was ist mit ihm hier? Tut mir leid, aber es ist ausverkauft. Wir haben nichts. Okay. Ah, als Mädels geht das nicht. Als Kerl. Okay, ich bin verwirrt. Egal. Wahrscheinlich kann man hier noch irgendwas Tolles machen, was ich jetzt völlig versiebt habe. Aber, ähm. Müsst du das halt selber spielen. Wir gehen mal nach oben durch. Brauchen wir Waffen? Wir gucken nochmal ganz kurz. Ob eine Dame von Welt Kanonen Waffen braucht. Mithril-Stange. Ich finde, sie kann schon ein bisschen mehr was vertragen. So, und Mithril-Armband. Können wir uns nicht mehr leisten. Das ist in Ordnung. So. Hm, dann ziehen wir das mal an. Jawohl. Angriff Prozent 100. So. Gut, das macht nicht so viel Sinn, aber jetzt hat sie zumindest beide und werden beide gelevelt. Dann gehen wir mal hoch. Und kommen in der Story mal weiter. Hm, hi. Wir sind zwei Süße. Seht ihr? Dieses grüne, diese grüne Perle da hinten. Ich dachte ja gerade so, huch, vielleicht ist das ihre Materia. Aber sie trägt die irgendwo. Das merkt man später. Junge, Junge. Deine Freundin ist ja auch ganz schön heiß. Hm, hereinspaziert. Die Lust mache ich. Zwei Damen kommen. Hm, hallo meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier. Und schnüffelt nicht rum. Okay, wir müssen rumschnüffeln. Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen tiefer. Ach, die muss mit dem Sound. Ist hier irgendwas hinten? Nö. Da ist tiefer nicht versteckt. Okay. Da ist tiefer auch nicht versteckt. Ich glaube, wir gehen einfach mal hoch, wa? Ähm. Geschlossen. Okay. Hey, hier ist links offen. Oh, hier kann man runter. Was ist da denn? Wow, hier ist tief runter. Ähm. Der Dungeon. Also wirklich. Äh, tiefer? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Eris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. Es war eine Zufallsbekanntschaft. Ist nicht der Rede wert. Äh, was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nee, 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 nee. Versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Armer Cloud. Dann muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Ne? Ne? Cloud? Was? Na hi. Hä? Cloud? Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Ach, vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du auf dem Kopf gelandet oder so? Nee, er bist so verletzt. Nee, alles gut. Lass mich doch mal zu Wort kommen. Also, ich hab die Sachen hier an, weil ich sonst nicht reingekommen wäre. Mir geht's gut. Eris hat mir geholfen. Oh, Eris. Tifa, erzähl mal. Was machst denn du hier? Ähm, ja. Ahem. Ich halt mir einfach die Ohren zu. Okay. Ich geh erstmal in Klamotten sammeln. Das macht mich sonst völlig wahnsinnig, wenn da ein Item steht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Das ist... Danke, was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Aha. Don Corneo. Naja, whoops. Fuck. Irgendwas mit Barrett. Scheiße. Dieses Gamepad drückt sich viel schneller als das normale, klassische Playstation-Gamepad. Deswegen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja. Du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren? Und drum bin ich hergekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen und wählt eine aus. Und dann... Und... Naja. Naja, und ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance. Entschuldigt mich. Ich hab's zufällig gehört. Mhm. Klar, hörst du weg. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier zwei, richtig? Nein, Eris. Ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh. Aber Tifa darf sich in Gefahr begeben? Ganz dünnes Eis, mein Kollege. Ganz dünnes Eis, ne? Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Du macho Arsch. Entschuldigung. Tifa. Hm, wäre es dir recht? Ich bin in den Islams groß geworden. Ich bin Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, danke, Frau Eris. Genau, Frau Eris. Wahrscheinlich, äh... Wahrscheinlich dann im japanischen Eris-san. Aber eigentlich will sie eher Eris-chan genannt werden, oder so. Vermute ich mal, dass es deswegen zustande kommt. Nee, nee, nämlich Eris. Hey! Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Klar. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also, Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauch wahrscheinlich gar nichts zu fragen, aber das dritte Mädchen bin... Ich nicht, wahr? Jupp. Du hast recht, es war unnötig zu fragen. Zu fragen. Ich find das super, wie die sich so einig sind, die beiden. Ach, herrlich. Heyo. Weißt du? Wenn man nicht genau hinschaut, siehst du gar nicht so schlecht aus. Hat der mich grad hässlich genannt? Hat sie mich grad hässlich genannt? Das ist ja nett. Dabei hat er sich so eine Mühe gegeben. Ach, was Barret wohl sagen würde, wenn er dich jetzt sehen könnte. Die Bromance is real. Ach, die werden noch Verdacht schüpfen, wenn wir uns nicht beeilen. Okay, dann gehen wir halt hoch. Komm an. So, ab geht's. Hi. Der Don wartet in seinem Zimmer. Okay, hi Don. Don, die Don, die Don. Oh Gott, Don Cornel. Die schmierigste Iroh der Welt. Hi, ich bin hier. Also, meine Damen. Stellt euch vor dem Don auf. Ist das ein Zeremonienmeister? Gut, großartig. Also, dann wollen wir mal sehen. Welches Mädchen soll ich mir aussuchen? Und das hier? Hm. Oder das? Hm. Ja, ja, ja. Ich hab mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... Diese schlanke, kleine Mädchen. Was? Wieso hat er uns nicht genommen? Hab ich vergessen, das Parfüm anzuwählen? Keine Ahnung. Don, du hast einen prima Geschmack. Oh Gott. Ihr könnt die anderen beiden haben. Wie großzügig von ihm. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also, gehen wir, meine Schöne. Verrückt. Okay. Hey, Jungs. Wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles bloß unserem Boss Don Corneo zu verdanken. Ein dreifaches Hoch auf Don Corneo. Okay. Also, meine Damen. Sind wir, ähm, soweit? Ich glaub, wir sind soweit. Äh, hallo? Lalalala. Wo muss ich hin? Zum Fernseher? Ne, weiß ich nicht. Noch nicht. Okay. Upsi. Das Menü. Ähm. Hi. Nichts. Okay, lechzen können wir. Ist mir so wie ein bisschen Zombie Run, ne? Yes. Da, ausgerichen. Oh, irgendwas eingesammelt? Ich bin zu schnell im Wegdrücken immer, ne? Na ja, langsam. Warum gehst du denn so schnell? Warum glaubst du nicht ein bisschen hier? Wir werden richtig nett zu sein. Ja, ist okay. Ähm. Oh, sie können aber durchlaufen. Wie gut. Haben wir noch mehr Zeug? Nö. Okay. Echt? Hihihi. Was ist mit dem? Komm, dann sind wir, Süße. Man sagt, dass wenn man zwei miteinander tanzen, ihre Herzen auch eins werden. Klar. Machen wir das doch. Aber. Lustig. Ich dachte, es gibt hier auf die Nase oder so. Okay. Und jetzt? Ey, was ist los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Klar. Nein, das ist sehr nett, aber... Nein, danke. Weil, ähm... Weil? Weil? Vor einem struppigen Etwas wie dir würde ich nichts wissen. Oh nein. Big Reveal. Was? Ein Mann? Oh, flex nochmal. Du dachtest, du könntest ungestraft davonkommen. Schnappt ihn neu. Ich prügel den durch. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Erstmal blitzen wir euch. Ich hab immer noch mein Limit aufgeladen. Oh je. Immer noch. Also los. Was ist denn mit euch Nieten? Nun kommt schon. Ich zeig euch, wie es geht. Klar. Nochmal. Als ob ihr mehr könnt als die anderen drei. Schön, dass wir daraus Zweikämpfe machen. Dann ist das alle wieder aufgeladen. Spritzen. Einer ist über. Oh nein. Dafür wird es jetzt einfach gefrostet. Zack. Wahrscheinlich hätte ich das Limit mittlerweile schon wieder komplett aufladen können oder so. Und jetzt? Joa. Jetzt ist Ruhe im Karton, ne? Dann können wir ja raus. Und den Rest des Ladens auseinandernehmen. Ich muss sie retten. Cloud. Gut. Tifa. Wir müssen Iris helfen. Ich bin so unfreundlich zu Tifa. Hey. Willst du nicht mal wissen, wie es mir geht? Ach. Lassen wir es kommen. Oh. Eigentlich hätte ich schon gefragt, wie es ihr geht. Egal. Was läuft dann ab? Uh. Uhu. Komm, komm. Seid doch nicht so schüchtern. Ja. Aber Don. Können Sie mir zuerst etwas erklären? Natürlich, Liebes. Ich werde es dir ganz langsam Schritt für Schritt erklären. Also, komm. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das meine ich nicht. Nein, halt. Warten Sie doch ein bisschen. Komm, komm. Uhu. Ich kann nicht länger warten. Komm. Hier kommt Papa. Oh Gott. Und ich spreche das auch alles aus, ey. Cloud. Was zum Geier ist hier los? Wer ist da? Entschuldige, Don. Oh mein Gott. Sie hat ein richtig praktisches Kleid an und nicht nur ein rotes Spitzenkleid. Oh mein Gott. Verstehe. Was? Halt den Mund. Jetzt stellen wir hier die Fragen. Was sollten deine Agenten rausbekommen? Rede. Wenn du es uns nicht sagst, dann, dann, dann... Hacke ich sie ab. Wen? Die Agenten? Seine Eier? Keine Ahnung. Nein, los nicht. Ich werde reden. Ich erzähle euch alles. Also, erzähl. Also, ich habe ihnen gesagt, sie sollen rausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, 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 nein. Wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Jetzt schon. Wenn du es uns nicht sagst, reiße ich dir was ab. Ah. Das war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit. An dieser Stelle ist er immer wieder einmal angemerkt, dass Japaner tatsächlich ein großes Fable für so deutsche Philosophen und so einen ganzen Quatsch haben. Also, ja. Der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst... Zerschlag ich sie. Äh, wow. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra... Und Shinra sie... Hier, werb. Und Shinra will sie wirklich niederschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihnen sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird BANG machen und alles wird kaputt gehen. Ich hab's gehört. Ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums im Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit mir zum Sektor 7? Jupp. Klar, Tifa. Und jetzt? Kann man hier noch was abholen? Haha, ein Hyper. Na, dann... Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, 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 wartet, es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet, hä? Ups. Keine Ahnung. Richtig. Ja, ja, als ob. Ciao. Hahaha. Sehr gut. Oh, hi. Guten Tag, Heidegger. Ich brauch was zu trinken. Es ist Zeit für Bösewichtsstimmen. Und was machen die Vorbereitungen? Hahaha. Sieht gut aus. Ich hab die Turks damit beauftragt. Hahaha. Präsident. Sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun. Deshalb... Reef, deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Gott. Völlig falsche Stimme für ihn wahrscheinlich. Bürgermeister. Du meinst den Typen, der den ganzen Tag im Gebäude hockt und sich vollstopft? Hahaha. Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde. Warum nimmst du dir nicht ein paar Tage Urlaub? Ach, Reef. Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt. Gut, dann leiten wir die Shinra Inc. Eine Rettungsaktion ein. Hahaha. Das ist so perfekt. Piu, flupp. Okay. Alle ejected. Na hi, geht's euch gut? Hey, geht's wieder? Jupp. Nein. Ich wollte auch noch tiefer abholen. Was ist denn los? Aber wir sind eh schon zu dritt. Gut. Jetzt kannst du mal... Immer noch kein einzelner starker Gegner. Na, aber du kannst mal ganz kurz hingehen und Cloud heilen. Und ich muss tiefer gleich neu ausrüsten. Ach komm, jetzt machen wir das mal, damit er überhaupt noch angreifen kann, weil sonst ist es auch irgendwie doof. Ich hätte ja gedacht, dass wir irgendwie beim Don oder so einen Finalkampf kriegen oder so. Aber wohl nicht. Bam. So. Weggeschlitzt. Geht's wieder? Man, das ist furchtbar. Naja, das Schlimmste ist vorbei. Glaubst du? Oder auch nicht. Oh nein, jetzt habe ich meinen Mutangriff versaut. Ach, fuck. Egal. So läuft das nun mal. Ähm. Ist der Feuer? Intensiv. Und ich wollte auch tiefer noch ausrüsten. Scheiße. Okay, Feuer mag er nicht. Bist du auf Eis drauf? Mh, Mitte. Mh, das geht, das geht. So. Ähm. Wir greifen dich einfach nur an. Na, geht. Yes. Yeah. Sag ich mal dazu. Feuer magst du nicht? Gut. Einfach andere. Okay, wir müssen uns heilen. Eris braucht eigentlich mal ihren Limit. Weil. Greif du mal an, schnell. Und du machst Limit. So. Und du kannst. Heilung. Ihnen, bitte. Sie, bitte. So rum. Damit sie nicht gleich umfällt. Jetzt braucht noch ein bisschen, bis, äh, das Limit von Tifa, äh, von Eris ready ist. Ähm. Greif mal einfach an. Wenn er jetzt noch einmal angreift, dürfte das Limit fertig sein. Ja. Oh, yes. Limit. Danke. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so viel an Heilung. Ist der Punkt. Gut. Okay. Ähm. Ne, du kannst zuhauen. Du kannst trotzdem nochmal eine Runde heilen. Ähm. Dich selbst. So. Cloudy Ball. Ist auch nur ein Unterschied von 30. Magst du Blitze? Feuer magst du nicht. Okay. 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 Ah, gut. So viel dazu. Wow. Das gab viel Erfahrung. Es ist zu spät. Marleen. Barret. Die Leute in den Slums. Es gibt die Hoffnung nie auf. Es ist bestimmt nicht einfach, einen Pfeiler zu zerstören, oder? Ja. Du hast recht. Noch haben wir Zeit. So. Und jetzt machen wir erstmal noch eine Runde Ausrüstung. Okay. Sie hat nur das. Das passt schon. Aber wir brauchen Materia für sie. Die hat ja gar nichts anzuziehen. Oh mein Gott. Ähm. Materia. Nein, du brauchst nicht zweimal Hitze haben. Muss ich schon sagen. So. Einmal raus. Zack. So. Wenigstens so. Ähm. Wollte ich noch was. Okay. Ähm. Wie komme ich da hoch? Komplett andersrum, glaube ich. Können wir hier rüberlaufen? Nein. Da ist eins. Da ist ein gelbes. Ich brauch das gelbe. ja. Ja. Ja, ja, Froschis. Tschüss. Weggebrüstet. Yeah. Und er kann nie werfen. Die haue ich ganz gut zu Noch mehr Feuer Du kannst mal Cloud heilen Und einmal alle blitzen, weil ist auch egal Zack Ja, lief gut, ne? Zack Yes, game sucks Raub, yeah Oh Gott, gibt es jetzt eigentlich Gibt es jetzt hier wieder irgendwie was Spezielles Worin man gut sein muss, um rauben zu können? Ich meine, ich würde jetzt Eres nicht klassischerweise auf Raub ausrüsten Aber Oder ist das eher sowas, wenn man eh zuhaut? Hm Das Ehrschutz hat, ist schon okay Er könnte Kälte mit Raub ersetzen Hitze, Gewitter Na gut, dann hat sie halt noch mehr Materials Ist hier halt ein hauptsächlicher Caster-Charakter So Ähm Ich dachte, wir können jetzt hier vielleicht hoch Ah, da unten ist die Treppe Ich bin so doof Wir gehen halt nochmal zurück Wahrscheinlich kriegen wir dadurch noch mehr Zufallskämpfe Ich dachte, wir müssen hier über diesen Müllhaufen darüber laufen Tank So Jupp Ähm Na geil, fällt an Limit Keine Ahnung Mach mal so Tiefer Feuert einfach Ah, Raub könnte ich verwenden jetzt Ja, ja Macht Sinn Raub Guck mal, ob der Mann noch was rauben kann Ob das überhaupt funktioniert irgendwie Konnte nichts stehlen Tja, schade So Ups Vom anderen wollte ich was verstehen Shit Egal Ja, war keine Absicht Ähm Gucken mal, ob du anderen nur behaupten kannst Vielleicht auch nichts Die Sicherheit nicht Mhm Kannst du auch wieder anfangen jeweils kaputt zu hauen So Zack Weg Aber gut Wir haben zumindest Stehlen jetzt Das heißt, wir können alle möglichen Leute bestehlen Eine Sache, die ich zum Beispiel beim vorigen Playfluss immer komplett vernachlässigt habe Also Stehlen habe ich nie benutzt In Feindeskönnen war ich sehr, sehr schlecht Klar, wir springen da runter Plonk Plonk Ich seh jetzt hier kein Item Kein Item Ist nur gut Ähm Was auch immer das ist Ah Okay Punkt war hier hoch Mhm Oh, schon wieder drei von den Dingern Okay Ähm Feuer Feuer Blitz Oh, Krit Andere Ja, du auch Boah Kritt Geil Wasserpistole Wahrscheinlich hört sich ein Water Gun auch heftiger aus Also Wasserpistole Spritz Spritz Okay Wir haben sogar einen Trank Wir gehen hier Positiv raus Dass so eine krasse Granisation unter dem Markt ist, ne? Wo sind wir? Da Ein Safe Point Und Hi Eris Ich bin schuld, dass du in all das hineingezogen wurdest Schick mich nicht nach Hause Schauen wir mal Wenn wir an den Leuchteten Zügen vorbeilaufen Müssten wir rauskommen Okay Das werden wir dann sehen, würde ich sagen Zack, gespeichert Und da machen wir erstmal einen Cut War schon lang genug heute Oder jetzt Damit bis zum nächsten Mal Ciao